Ich habe ja gewonnen, so knapp. Und meint jetzt, er ist der Superheld. Wir werden es ja gleich sehen. Runde Nummer 2, sind zwei von euch gefragt. Der Gewinner kommt ins Finale. Runde Nummer 3, wieder zwei von euch. Ich komme gegen euch nicht an. Wir fangen einfach an. Der sucht gar nichts aus. So, Mene, bist du bereit für deinen Untergang? Natürlich. Wir werden MC Hammer, you can't touch this, tanzen. Ihr tanzt mit, okay? Mikro weglegen, damit ich besser hier arbeiten kann. Das war die Hand durch die Schlauch. Dana, du bist so ein Mensch. imein? Ja, du bist so ein bisschen. Nee, man, ich bin connection. Nee, ich bin connection. Weißt du nein, warf. Oh, ich bin Secondly. Komm mal. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 1.143 zu 2.080 Vielen Dank, vielen Dank an meine Fans Mene, wir spielen doch, warum schiebst du den Monitor weg? Hallo, hier zurück Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Sieg für mich Mene hat mich ja heute in der ersten Runde ganz knapp geschlagen Aber ich finde, dieser Punktestand sagt ja schon so einiges aus Mene, möchtest du noch was sagen? Ja, natürlich wäre es morgen viel zu langweilig geworden Wie schon die Techniker, dass wir sich erkannt haben, ein bisschen am Beckenrand schwückt Oh, wir haben technische Probleme, wir haben den Empfang zu Mene verloren Wir hören ihn nicht mehr Nein, Mene, Mene Morgen wieder, wir zwei, okay? Ich glaube, wir beide sind unentschieden Das wäre ganz schlimm für die Laune der nächsten Woche Ich glaube, wir müssen morgen Sieger finden Wir finden morgen einen Sieger und ihr seid morgen dabei Aber vor allem seid ihr jetzt dabei Jetzt habt ihr gesehen, wie es funktioniert Welche zwei möchten hier auf der Bühne antreten?